Heute mal kein super tolles Intro. Sorry. Dafür gibt es ein tolles Bild. Hey. Ja. Wird auf jeden Fall nice. Äh. Junge. Äh. Stopp jetzt. Das wird zu viel. Wir starten jetzt einfach rein. Scheiß drauf. Ich bin, ich bin Solo. Wenn ihr mehr von diesem Content auf diesem Kanal sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da, weil mich das auf jeden Fall unterstützt. Mich mega freut. Und der Kanal sowieso voll ist mit qualitativ hochwertigen Content. Super lustigen Content. Ich bin auf der neuesten Version, falls das wichtig ist. Und ich bin der beste Bauer. Ich bin Bob, der fucking Baumeister. Wie kann ich ein Biom ändern? Fluss. Das ist genau dasselbe. Wir machen auf jeden Fall Sonnenuntergang. Wir brauchen Gras. Wir bauen eine Wasserrutsche. Ich dachte, ein Fluss. Äh. Äh. Wie macht man denn... Was machen wir? Wasserrutsche. Wie baut man denn eine Wasserrutsche Leim? Leute, was ist denn das? Oh. Perfekt. Wurden wir einfach weggenommen. Jo. Trauerranken. Wie nice sehen die denn aus? Können wir aber nicht platzieren. Wir brauchen Beton. Wir machen hier erstmal so eine Grasfläche. Das wird so schön. Ich bin gerade im Urlaub, wenn ihr das Video hier seht. Ich hoffe, der Urlaub ist toll. Ich hoffe, ich lebe noch. Das ist so toll. Das ist eine gute Wasserrutsche. Hier so die Wasserrutsche. Zack, zack. Es ist so eine kleine Rutsche. Wisst ihr? Die ist ja nicht so krass. Only for Babies. Das wird schön. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das schön wird. So. Dann hier, dass man ein bisschen mehr Platz hat. Ne? Nicht, dass man irgendwie runterfällt oder so. Das wäre ja nicht so nice. So. So. Haben wir hier eine schöne, sichere Wasserrutsche. So hier. Das wird erster Platz. Zwei Minuten noch. Was? Okay. Ich brauche Stein. Guten Stein. Glatten Stein. Genau den Stein. What have I done? What have I done? Eine Minute noch. Oh Gott. Ich muss kurz warten. In die Wasserrutsche muss auch noch Wasser, ne? Nix überschwappt. Alles gut? Ja. Ja, guck mal. Was ist das? Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist ja keine Wasserrutsche. Grauenvoll. Muss doch mal die Prioritäten setzen und schlecht bewerten. Ja, ne. Aus Holz oder was? Schimmelt. Weißt du, hier fehlt's Wasser. Hast du Splitter am Arsch? Ne. Guck mal. Hier ist unsicher. Hier kannst du runterfallen, ja? Ne. Wie kommst du hier hoch? Hm? Ja, guck mal. Ja, guck. So muss das aussehen. Das ist eine Wasserrutsche. Mit Specken. Leiter. Ein bisschen Gras. Drumherum. Anderes Wetter ist bei euch. Der Dream. Ne. Es ist halt das Beste von allen. Es ist das Beste. Es gibt nicht schlecht. Es ist halt trotzdem scheiße. Weißt du, das wird gewinnt von Z-Blaze. Ne. Kaputt. Überschwommen. Es ist uneben. Keine Möglichkeit raufzukommen. Keine gute Rutsche. Ja. Das ist legendär. Ne. Gibt ein Grauenvoll. Mag ich nicht. Das muss man auch mal seine Konkurrenz ausschalten können. Man muss aber hervorstechen. Ich bin der Einzige, der Bund gebaut hat. Ich bin nicht der Einzige, der Bund gebaut hat. Aber Junge, Alter. Wir sind alle scheiße gewesen. Ich esse ein bisschen Schoki. Mhm. Finde ich gar nicht gut. Ich schaffe auf Top 3. Platz 6. Dann frage ich mich, warum ich nicht gewonnen habe. Fast Food. Ich seh mich bei den Flippen. U-Bahn gefällt mir nicht. Egal. Müssen wir durch. Brauchen Beton. Das ist wichtig. U-Bahn verbinde ich immer mit der Nacht. Und das ist jetzt wirklich mal Wheel Talk hier. Ich verbinde das mit der Nacht. So. Oh, der hier sieht aber... Perfekt. Leute, Alter. Verrasst du mich? Eine Ewigkeit später. Ah, zwei Minuten. Kommt natürlich gleich noch Fenster rein. Aber wir müssen jetzt erst mal das Grundkonstrukt fertig kriegen. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Mach den Kopf zu. Gott, ich brauche Tür. Tür. Eisentür. Ich brauche die Eisentür. Slap. Nein. Stufe. Eiser. Neu. Hier geht's runter. Oh. Ja, ich kann gar nicht mehr abstimmen. Scheiße. Aber war eigentlich ganz gut. Tunnel. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Tunnel. Tunnel ist nicht gut. Was ist das? Scheiße, ich esse gerade Schoki. Scheiße. Ah, da ist meins. Wir gehen in der Höhle. Gehen wir zum Ender Dragon. Ja, da hier hin. Ja, ein Loch. Ja, das war die beste Kreation, die ich gesehen habe. Vom Karl Nikolaus. Vierter! Nein! Hätte ich dem Karl Nikolaus nicht das Größte gegeben, hätte ich gewonnen. Dann wäre ich dritter, meine ich. Wofür gibt es die Coins? Okay, das war's. Falls ihr mehr Minecraft-Content sehen wollt, lasst es mich gerne wissen. Hat auf jeden Fall übel Bock gemacht. Also, ich habe aktuell echt Bock daran, äh, Bock, Minecraft-Videos zu machen. Was guckst du mich so an? Haben wir ein Problem, oder was? Nee, na, guck da weg. Ja, jetzt befinden wir uns auch schon in der Endcard. Abonniert gerne den Kanal, um keine Videos dieser Art mehr zu verpassen. Und checkt die Videos ab, die hier gerade da sind, weil die sind auch lustig und haben einen super großen Mehrwert. Also, checkt die ab. windsorun. Also, ich habe schon mal ausprobiert. Ich habe schon mal ausprobiert. Ich habe schon garption.